Und noch eine Meldung in eigener Sache. Nach fast 25 Jahren bei der Tagesschau hat Klaus-Erich Bötzges heute seine letzte Sendung moderiert und sich in den Ruhestand verabschiedet. Bötzges präsentierte von 1997 an die moderierten Ausgaben der Tagesschau am Nachmittag. Am 11. September, dem Tag der Terroranschläge in den USA, war er ebenso auf Sendung wie beim nachfolgenden Einmarsch in Afghanistan. Die sehen Sie wie gewohnt um 20 Uhr. Durch all diese Ereignisse hat er uns mit ruhiger und sicherer Hand geführt. Danke, Klaus-Erich Bötzges. Und schauen Sie mal, mit wem er vor 20 Jahren in der Tagesschau sprach. Klaus Kleber war damals ARD-Studioleiter in Washington. Anschließend moderierte Klaus Kleber fast 19 Jahre lang das Heute-Journal im ZDF. Heute Abend seine letzte Ausgabe. Von uns allen hier bei den Tagesthemen Danke für die vielen inspirierenden Sendungen und alles Gute für die Zeit danach. Nach so viel Abschied schauen wir noch darauf, wie 2021 abtritt. Carsten, wie wird das Wetter an Silvester? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.